Das Stichwort der heutigen Episode lautet Geschäftsmodell Es wird heute sehr viel über Geschäftsmodelle gesprochen, insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Jede Firma hat ein Geschäftsmodell, das letztendlich nur beschreibt, wie Geld verdient wird. Was ist denn genau ein Geschäftsmodell? Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu beschreiben, was alles zu einem Geschäftsmodell gehört. Wir wollen uns hier den sehr gängigen Ansatz von Stähler ansehen. Danach besteht ein Geschäftsmodell aus drei zentralen Bestandteilen. Erstens dem Kundennutzen, zweitens der Wertschöpfung und drittens dem Ertragsmodell. Für jeden der drei Bestandteile kann es unterschiedliche Ausprägungen geben und alle drei zusammen bilden das Geschäftsmodell. Daher ist die Anzahl möglicher Geschäftsmodelle auch sehr groß. Was gehört alles zu den drei Bestandteilen? Die erste Frage lautet, welchen Nutzen ich dem Kunden verschaffen will. Es geht also darum, was der Kunde davon hat, wenn er zu mir kommt. Bei der zweiten Frage nach der Wertschöpfung geht es darum, was ich dafür tue, dass der Kunde den Nutzen bekommt. Bin ich also zum Beispiel Hersteller, Händler, Vermieter oder vielleicht auch Vermittler? Die dritte Frage dreht sich darum, wie ich mit dieser Kombination aus Kundennutzen und Wertschöpfung Geld verdiene. Können wir das an einem Beispiel erklären? Natürlich. Nehmen wir zum Beispiel einen Autohersteller. Der Kundennutzen liegt vielleicht darin, dass die Kunden von A nach B kommen, sich in ihrem Fahrzeug wohlfühlen und ein gewisses Image nach außen demonstrieren. Was tut die Firma dafür? Die Wertschöpfung besteht in der Entwicklung und Herstellung von Autos. Wie verdient die Firma damit Geld? Indem sie die Autos verkauft und damit Umsatzerlöse erwirtschaftet. Und was ist da jetzt so besonders dran? Wir können das Beispiel fortführen. Nehmen wir an, der Autohersteller hat immer größere Schwierigkeiten, Gewinne zu erwirtschaften. Deshalb dreht er an einer der drei Stellschrauben. Statt die Autos zu verkaufen, vermietet er sie. Auf den ersten Blick hat sich nur das Ertragsmodell geändert. Damit verbunden ist aber ein extremer Wandel im Selbstverständnis. Denn er wandelt sich vom Autohersteller zum Mobilitätsanbieter. Damit verbunden sind viele Änderungen in der Organisationsstruktur, dem Marketing, dem Vertrieb und so weiter. Und was hat das alles mit Digitalisierung zu tun? Die Digitalisierung macht ganz neue Geschäftsmodelle möglich, die es früher schlicht und ergreifend nicht gab. Insbesondere die neuen Möglichkeiten der Mobilität und die Nutzung großer Datenmengen tragen dazu bei. Gibt es dafür ein einfaches Beispiel? Natürlich nehmen wir zum Beispiel die Suchmaschine von Google. Damit ging es ja los. Wie ist hier das Geschäftsmodell? Was hat der Kunde davon? Er findet die Informationen, die er gesucht hat. Was tut Google dafür? Google erstellt nicht die Informationen. Der Autohersteller baut ja das Auto selbst, sondern sammelt sie ein. Das heißt, andere erstellen das, was der Kunde bekommt. Und wie verdient Google Geld damit? Überwerbung. Die wieder ein anderer bezahlt. Das heißt, der Kunde, der die Leistung bekommt, zahlt gar nichts dafür. Zumindest kein Geld. Ein völlig anderes Geschäftsmodell als beim Autobauer. Und wo liegt die Gefahr? Viele der neuen Geschäftsmodelle sind sehr innovativ. Bei Innovationen kann man zwei verschiedene Typen unterscheiden. Nämlich die erhaltene und die zerstörende bzw. disruptive Innovation. Worin liegt denn der Unterschied? Bei einer erhaltenen Innovation ändert sich zwar das Produkt. Die Infrastruktur drumherum bleibt aber erhalten. Denken wir daran, als die CD die Schallplatte abgelöst hat. Es gab ein neues Produkt, sogar eine ganz neue Technologie. Aber es wurden weiterhin Presswerke, Gerätehersteller und Händler benötigt. Disruptive Innovationen sind da anders. Sie machen den ganzen bisherigen Lösungsansatz überflüssig. So organisiert Uber mit Fahrgelegenheiten mit privaten Personen und nimmt so der gesamten Taxibranche das Geschäft. Und der Zusammenhang zur Digitalisierung? Das Problem ist, dass die Digitalisierung sehr viele disruptive Innovationen hervorbringt, die klassische Branchen angreifen. Deshalb sollte sich gerade jedes Unternehmen mit seinem eigenen Geschäftsmodell befassen. Denn dabei kann man entdecken, an welcher Stelle vielleicht ein Start-up früher oder später angreifen wird. Und wenn man es früh genug erkennt, kann man vielleicht noch etwas dagegen tun. Hat das Geschäftsmodell auch etwas mit der Nachfolge zu tun? Auf jeden Fall. Denn der Nachfolger sieht sich das bestehende Geschäftsmodell genau an und prüft es auf Zukunftsfähigkeit. Denn warum sollte er eine Firma kaufen, von der er denkt, dass sie in wenigen Jahren nicht mehr bestehen wird? Mehr Informationen zu den Themen Nachfolge und Digitalisierung erhalten Sie in den weiteren Lexikonfolgen und auf unserem Blog, den Sie unter der nachfolgenden Adresse erreichen. www.unternehmer-radio.de www.unterорот-radio.de www.unternehmer-radio.de